so und hallo und herzlich willkommen zurück bei kassecrashers auf zum wiesenrund der könig kann man das kann man nicht ja du brennst ach die viecher teddies oh nein ich hasse diese viecher und wie kommen wir denn tennys hast in dem man keine kinder schreit slackrad, oder? ich helfe dir mal ein bisschen und klaut dir dein geld ich bin trotzdem fast gleich noch mehr will weiter ich bin trotzdem fast gleich noch mehr will weiter ich weiß aber lass ruhig wieder auf nein holst nicht deine Giraffe ist einfach nur Giraffe Kinderflockenlade du mit deiner Kinderflockenlade weißt du Mann warum schießen die mit Fischen weil wegen Kinderflockenlade weißt du das ist einfach so Mann warte mal ich muss was gucken im Steam Menü Freundesliste anzeigen Oh Hangman ist online können wir doch mal fragen wegen links du weißt schon Wegen was? Wegen der 50. Folge? Du weißt schon was ich meine du kleiner Schlingel du Ja wir planen nämlich ein 150 Folgen Special Natürlich Jetzt schon Ja Wenn die Folge rauskommt Wo bin ich überhaupt? Boah das lag gerade Kauf dir Internet Ich kauf mir kein Internet Umsonst ist da viel günstiger Umsonst ist auch diese Qualität hier weißt du Ich bin richtig verwirrt Doch der Regen dazu und dann Das ist krass Man macht ihn mit der Flagge nieder Ja er dreht sich Strecke doch einfach nieder Er dreht sich Sooo Jetzt kann er mir mal die Nüßchen necken Yolo Ich will Erfahrung haben Deswegen töne ich als die Kleinen Was machst du denn? Nein die Kleinen kommen unendlich wieder Ich weiß es deswegen jetzt Ja deswegen killst du die auch Ich bin Level Up Ich aber gleich auch Au Ich krieg einfach zu viel Ich krieg einfach zu viel Mach's doch mal wie ich Weißt du Mach's doch mal wie ich Weißt du Level mal schnell Außerdem wer gibt's denn die ganze Zeit Weg nicht Wie ich den Regen einfach hier nur hasse man Und meine Nase Jock Ich muss laufen Was du musst laufen? Ja Ja Weg von dem Typen Alter wie ich auch nur Heiltränke verbrauch hier Ja weil du einfach schlecht bist Ja ne Doch Ich bin total skill alter Wo ist der Typ? Ist der? Da? Mach ihn doch einfach Ja mach ich doch Ja hau doch die ganze Zeit drauf man Hau du doch mal drauf Ja mach ich doch Was hast du denn? Yes Dass es immer so schwierig sein muss Eint Na Ne Weil ich so viel Gold habe Oh ne nicht die Viecher Oh die waren natürlich Weil die einfach schön sind Und dann noch so ein Wirbelsturm Äh ich werd mal grad getragen Ja ist doch nett Brauchst nicht mehr laufen Ich hab einen schon down Ne den anderen mach ich gerade Ne oder? Also der Was? Ne Ach der dreht sich einfach nur Ich hab nichts gesagt Will ich auch hoffen Nicht hier Ich krieg einfach zu viel Anstatt dass du dir einfach mal auf den rauf gehst Nein du musst die einzige Münze da einsammeln Guck jetzt geht der extra auf dich YOLO Oh ja Das war die geile Stelle Mach sie doch kaputt man Man Seh ich wie kaputt man Der eine hab ich überhaupt gut gemacht Du hast 6 Reine gelassen Du hast 6 Reine gelassen Ja auf deiner Seite schon Ja Ja Oh da ist jemand Level 6 geworden Ist was dagegen oder was? Ja Soll ich dir helfen? Ne du lass mal Komm Ich will den Tod sehen Wen genau? Den Tod Ach den Tod Achja wir müssen ja hier hoch Du willst den Tod tot sehen? Ja ich will den Tod tot sehen Ah das will ich sehen So kann keiner mehr sterben weißt du Oh nein Die Prinzessinnen oh mein Gott Oh nein Sehen ein bisschen komisch aus den Typen Irgendwie schon Oh nur ein bisschen Hast du das gesehen? Nö War einfach Meister YouTube Money Haters Reiter Kam da grad Fledermäuse raus? Aha Ja das war die Hürde Oh nein Oh nein Oh nein Sind wir schon bei der Höhle? Ja das ist doch Ah ich hab was im Auge Warte mal Gibt's was im Auge? Ich hab ein Auge ja Oh mein Gott Ah diese scheiß Wicher Ich hab ein bisschen tausel Du machst da ein bisschen Let's play dance Let's dance oder was ich musste grad was schreiben deswegen ja ich musste während der aufnahmen weil mich überhaupt keiner stört und das geht nicht an unseren neuen abonnenten wer ist eigentlich der 37 keine ahnung hast du noch nicht nachgeguckt 36 weiß ich ist das überhaupt wer nennt sich denn so bitteschön merkwürdige freunde ich habe rinde als freunde ist er tot ja ja wie wir erstmal zurückgesetzt werden dann hier eine kackende bilder maus lecker auch jetzt sieht man richtig viel ab ja schlägt uns noch mehr ab mensch ich bin gleich tot ich auch das war eigentlich noch mal die taktik bei der einfach rauf rein reichen das ist immer deine taktik oder ja irgendwie schon ach ja von hinten ja einer muss ich ablenken na damit mach doch mal extrem viel schaden und ich mach ihr grad extrem viel schaden nein nicht abschlecken stehe ich nicht drauf komm komm jetzt geh rauf da mach ich ja alter wie ich das wieder möchte denn noch hüpfe doch einfach hoch ich mach nur einen schaden wenn ich hochhüpfe warum keine ahnung wenn ich schlecht bin dann geht man mehr auf stärke jetzt ist er gleich der veröffnung zu viel gefressen mann alter mag und da warte 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 komm ein bisschen und ich die haben heute ich wollte warum haben wir jetzt beide das ding ich weiß es nicht ich weiß es nicht damit so ich glaube ich kann mir auch wieder ein katze ja können wir das können wir ja mehr mehr dafür bin ich ein level weiter trotzdem auf die dauer gesehen werde ich level höher sein nein doch werde ich schwerbe siegern das könig hat ein cooles pferd ich möchte aus dem pferd ich stürze ihn von seinem ross die musik passt irgendwie nur gerade dazu wieder auf sein pferd reitet irgendwie ja ja gut dann sehen wir uns am nächsten folgen wieder bei kaos der crush auf der dritte tschüss